Hallo und herzlich willkommen zu diesem Geburtstagsvideo. Denn ja, 16 Jahre Stimmlabor und YouTube, ich finde, das ist ein Grund zum Feiern. Deswegen habe ich mir heute mal einen Getreidekaffee gemacht und stoße damit auf Dich an. Denn nur mit Dir sind diese vielen Videos möglich geworden durch Eure Bestätigung, Eure Treue zu diesem Kanal mit mittlerweile über 10.000 Abonnenten und über 3 Millionen Views und über 300 Videos, die ich hochgeladen habe. Mag ich tatsächlich Dich und uns und diesen Kanal und ja auch mich feiern und mag Dir mal erzählen, wie das Ganze begonnen hat und auch wie es weiterging und wie die Zukunftsaussichten so sind. Also ich weiß noch genau, wie das erste Video entstanden ist. Und zwar war das eine Aufnahme aus einem Chorkonzert, wo ich als Special Guest eingeladen war, dort meinen Obertongesang zu präsentieren. Damals hatte mich die Chorleiterin des Frauenchors Rainbow Women Choir, Karin Weinen, eingeladen, in der Heiligkreuzkirche mit aufzutreten, was mir eine große Ehre war. Denn ich war gewissermaßen der einzige Mann auf der Bühne und durfte Solo singen, während die Frauen im Chor gesungen haben. Und ich war dann sozusagen als kleine Überraschung mit dabei. Die Kirche war knackevoll, bestimmt 450 bis 500 Menschen. Und es war auch wirklich eine großartige Stimmung. Es war ein toller Applaus, den ich auch bekommen habe für meinen Obertongesang. Und trotzdem habe ich diese Performance von dem Obertongesang nicht hochgeladen, was ich im Nachhinein ein bisschen schade finde. Da war mein Kritiker einfach noch zu stark. Mein Perfektionismus war einfach zu groß. Und ich habe mich dann tatsächlich nur entschieden, die Zugabe hochzuladen auf YouTube, weil ich damit einigermaßen zufrieden war. Und diese Zugabe bestand eben in dieser Melodie der Ode an die Freude, die ich gesungen habe auf einem einzigen Klang mit sechs Obertönen. Und das ist ganz gut gelungen. Und es gab auch wirklich einen schönen Applaus dafür. Und da dachte ich, okay, das kann ich nehmen als ein Startvideo für diesen Kanal. Und so kam das Ganze ins Rollen. Ich habe dann immer wieder Videos gemacht zum Thema Obertongesang, weil ich mich damit sehr sicher fühlte und das gewissermaßen als mein Expertengebiet betrachtet habe. Später dann habe ich angefangen, auch Videos zu machen zum Thema Stimme und Stimmbildung. Und auch einige meiner Instrumente vorgestellt, die ich so spiele, als Multi-Instrumentalist, der ich auch bin. Und zusätzlich kam dann später der Mut dazu, auch etwas von dem zu zeigen, was ich mache, was gar nicht nur aus meinem eigenen Verstand herauskommt, sondern gewissermaßen gechannelt ist als Botschaft, wo ich den Klang teilweise durch mich selber sprechen habe lassen, was sehr interessante Informationen hervorgebracht hat. Und jetzt bin ich nun an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich spreche auch einfach mal so frei, ohne einen festen Plan, ohne ein festes Thema, einfach um hier Danke zu sagen und auch eben, wie gesagt, dich und uns und mich zu feiern. Ja, wie geht es weiter mit diesem Kanal? Ich habe im nächsten Jahr mehrere Projekte vor, mit meiner Partnerin auch zusammen und mit anderen großartigen Menschen. Die bestehen darin, dass wir auch Retreats geben. Das nenne ich teilweise Retreat im Klang, wo ich die Themen präsentiere, mit denen ich mich jetzt die letzten 25 Jahre beschäftigt habe, nämlich Oberton-Gesang, Klang-Yoga und Stimmbildung und gemeinsames Musizieren am liebsten auch frei improvisiert. Denn da erlebe ich immer wieder, wie Menschen wirklich aufblühen in dem Miteinander, sich aufeinander einschwingen. Da können wundervolle, großartige Energien und auch Musikerlebnisse und Erfahrungen daraus entstehen, die mit vorkomponierter Musik aus meiner Sicht so gar nicht möglich sind. Weil einfach der Freiraum für dieses Kreative nur in der Improvisation so gegeben ist. Und wir geben also einen Retreat im Klang. Das wird im Mai sein, bei Berlin, bei Potsdam. Und es gibt vorher einen Retreat im April, zusammen mit Jonathan von Rosenberg, der als ganzheitlicher Herzspezialist zum Thema Herzgesundheit mit uns zusammen einen Retreat gibt, was wir nennen Herzklang-Retreat. Im März werde ich davor noch einen Oberton-Workshop in Berlin geben. Der wird allerdings vermutlich ziemlich schnell ausgebucht sein. Und davor gibt es noch meinen Online-Kurs zum Thema ganzheitliche Stimmbildung. Ein völlig neues Konzept, was ich auch selber ausprobiere, mit zehn Terminen, wo ich über die verschiedenen Dimensionen der Stimme spreche. Dieser Kurs startet am 11. Januar und da gibt es momentan noch diesen Spezialpreis bis zum 31.12. Findest du alles in der Beschreibung unter diesem Video. Und woran ich dann noch arbeite, ist das Buch über die Natur des einen Klanges mit dem Untertitel Philosophie und Praxis eines neuen Schwingungsbewusstseins. Das sind so die Sachen, die schon feststehen für 2024. Und ansonsten werde ich natürlich weiter meine Einzelcoachings geben für ganzheitliche Stimmbildung, weiter auch Konzerte geben, auch zusammen mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern, musikalischen und auch Lebenspartnern. Also ich bin mit meiner Partnerin Violetta zusammen unterwegs. Wir geben auch Konzerte zu zweit und werden da immer wieder angefragt für verschiedene Veranstaltungen auch zu spielen. Dann bin ich noch in einem Trio. Das nennt sich Magic of Sound und da haben wir gerade eine CD fertig produziert. Ich zeige die mal kurz in die Kamera. Genau, so sieht die aus. Und die gibt es jetzt auch auf Bandcamp. Da gebe ich auch mal den Link runter. Falls du noch mal reinlauschen möchtest, da kannst du sie ja auch runterladen, die Musik. Und auch sehen, was ich sonst noch so hochgeladen habe an Musik, was du dann wieder runterladen kannst. Genau, so läuft das heutzutage. Und doch möchte ich dir an dieser Stelle auch noch mal empfehlen, geh in die Live-Konzerte, buche dir gerne Termine vor Ort, wo du auch wirklich in diese Schwingungsnähe kommst, wo wir gemeinsam schwingen können und die Kraft des Klanges, des heiligen Klanges, gemeinsam erfahren können. Denn das ist nicht wirklich zu ersetzen. Selbst wenn du supergute Boxen hast und selbst wenn du die allerbeste Qualität versuchst, dir runterzuladen, es ist nicht das gleiche wie selbstgemachte Musik. Das ist natürlich das Optimum, wenn du deinen eigenen Körper von innen heraus zum Schwingen bringst oder mit einem Instrument, was in der Nähe deines Körpers wirklich dich zum Vibrieren bringt. Und damit dein ganzes Sein und auch die Verbindung zwischen dir und dem großen Ganzen. Von daher lade ich dich dazu ein, nutze gerne diesen Kanal hier als Inspiration, um immer wieder in Kontakt zu kommen mit dem Klang selbst in eine möglichst direkte, intime Erfahrung, mag ich mal sogar sagen, zu kommen, eben mit dem Klang im Team zu arbeiten, auch indem du deine Stimme belauscht, während du sprichst und singst und wirklich spürst, da wirkt etwas Größeres durch dich. Und wir alle haben das Potenzial, eine Stimme des Lebens zu sein. Und das sehe ich auch als meinen Auftrag an, ein Botschafter des Klanges für uns zu sein, um uns zu erinnern an die Vollkommenheit des Lebens und die Harmonie, die in allem drin schwingt. Auch wenn wir das nicht immer gleich erkennen, so ist doch alles miteinander so verbunden und in Harmonie und gewissermaßen auf eine sehr vollkommene Weise vorkomponiert, dass es sich lohnt, sich in diesen Gedanken mal hinein zu entspannen. Und damit verabschiede ich mich und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ja, sage mal bis bald. Ciao.